Es ist voll blöd, wenn man ohne Inker spielt, dann kann man gar nix preziehen. Königin, da kann ich meine Dings vorstellen. Was? Voll auf die Teidstosse? Ja. Ach komm, das ging jetzt ins Leere. Weiß, wer dodged, überlebt. Hör mich lieber. 8 Stacks. Boah, 32% mehr hier. Okay, ich raue euch. Oh mein Gott. Ich bin vollidiot. Ich hätte nicht potten sollen, ne? Jo. Ach, fuck. Ihr könnt mich, warte mal, ich versuche zu shadowen. Okay, ne, ich bin im Stun. Ihr könnt mich ja retzen. Das, sorry, das war Käse. Das ist mir aber schon ein paar Mal passiert. Scheiße. Ich potte manchmal Mana-Pot in Fight, damit ich halt irgendwie etwas cooler damit durchkomme. Jo, dann auf geht's, voll rein da. Ja, das war jetzt nix. Ja, die Tussi voll durchfokussend. Ja, die hat den Hegel gekriegt. Ja, kannst da halt nix gegen machen. Ja. Wow, what? Ja, müssen wir ja. Naja, obwohl das könnte vielleicht sogar ausgehen. Danke. Vielleicht Flurry nicht mehr vor dem Typen stehen jetzt. So gut wie durch. Was hat denn dich jetzt gewonnen, Schott? Ja, ich Power-Shot und danach noch irgendwas. Also Lightning Bolt und danach den Power-Shot zurück. So reinrollst. Krass. Oh, shit. 170k plus nochmal ein 170k und ich war halt nicht voll. Warte, das war der eine Stealth-Mob, ne? Den haben wir schon. Ja, müsste. So, von mir aus ganz so. 3, 2, 1. Gutus. Gutus ist tot. Achso, okay. Wurde gerade fragen, ob dein Pad das auch triggert. Na ja, komm ruhig zu mir mal. Nee, ich bin auch rausgelaufen. Gut, das habe ich jetzt, sorry. Wünscht euch. Ich habe mich gerade selbst geglitten, Alter. Ja. Sorry. Gut, ja. Hütet euch. Hit me, baby, one more time. Hütet euch. Bitch. Bitch. Ich war vorher schon low steady. Alles normal gespielt. Ich habe keinen gespielt. Ja, ja, ich wüsste. Ja, das ist halt der AE und Dienst. Ich habe mir aber was gezogen. Das sind halt die Overlapse hier irgendwie manchmal. Fuck. Was ist denn switchen? Hütet euch. Das ist denn was? Hütet euch. Ich hebe mal halt auf. Seid ihr das ganz kurz recken? Dann geht's los. Sorry, das war übel dumm. Gut. Na gut, es waren zwei jetzt. Und... Dann ist es dumm, ja. Wenn ich schneller als du da bin, hast du es falsch gemacht. Aber ich habe mir jetzt wenigstens alles schon mal gebeindet. Bess. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist der Gear heute. Ich bin gerade angekommen, wenn es in dem... Überlebt man, Taylor. Ich redze kurz. Okay. Kannst du annehmen? Ich bin da. Hier, Rollstuhlfahrer. Oh, ne. Okay, bock, ey, Alter. Oh, scheiße. Jetzt mich gleich. Hier, Taylor, ich pull dir die dann runter, weil dann pull ich dir die alte nicht. Okay, mach das mal. Ich hole nur die Schlangen runter. Jo, mach. Ich hoffe, dass das geht. Ne, die kommt nicht. Oh, fuck. Okay. Die ist ins Becker linkt. Egal. Ja, ich habe den Fullbest. Die haben wir am gleichen Breath, passt auf. Okay, was habe ich denn... Ich würde schön rausdrehen und nicht, so wie Flo, einfach immer wieder rumdrehen, die Mops. Ja, ich drehe den jetzt hier so in das Gedönse. Okay, Breath. Ja, klar. Immer Stern. In der einen Woche mit Flo, hat er mich irgendwie dreimal gekillt hier in der Inni. Okay. Ich gehe halt immer, immer stehe hier die ganze Dina-Mob und... Hier, hol dir mal den Sniper, weil der ist gerade... Und Cleave, und Cleave hier das mal schön in mich reingedreht, ey. Versuch, das zu vermeiden. Das ist wirklich so. Der Mopcast Cleave, Flo dreht sich einmal rum, und dann rät sich wieder zurück. Ja, gut. War jetzt nicht leicht, das Tank. Wir laufen da oben seitlich vorbei, ne? Ja. Okay. Ach, im Sleep. Ja. Ach, fuck. Ich pull den einen dazu. Den mal eher fokussen. Ähm, ich drehe den jetzt gleich mal aus. Pass auf, weg da, weg da, weg da. Alles gut. Kick das und dann im Ziehen zum anderen, also nicht zum Stern. Ähm, ähm, ähm. So, voll drauf. Oh, Trink ist das noch 10 Sekunden. Wer ist so ein Tier? Ach, naja, die ist ja die Tussi drin, das war jetzt Käse. Du hast die Tussi desorientiert. Ja, das ist ja schon mal was. Ich glaube, das wird nur ein bisschen, ein bisschen brauchen, bis ich das mit den Emissaries raus hab. Wenn du vorher nie wirklich im Plus gespielt hast, dann ja. Ich mach immer mal ein Weekly Key und das war's eigentlich. Okay, hier wird nicht gedraint. Hier wird nicht gedraint. Ficker. Die nehmen wir mal mit. Magst du ja nicht, wenn andere pullen, aber... Ja, ich muss gucken, dass ich die jetzt wieder alle krieg. Der guckt jetzt gerade rein, ne? Ich muss nur noch den einen Mob bekommen. Okay, hab alle, ich drehe wieder raus. Das ringt hier. Ich hab mir schon gedacht, ich dachte mir eigentlich, dass ich so gepullt hab, dass die nicht dazukommen, ne? Einzelne Mob wird sehr vermeiden zu spielen. Ja, ich hätt halt die Außen noch, die Einzelnen Außen noch zusammen gepullt. Nö. Wenn wir den jetzt machen, dann... Ja, dann nimm den gleich mit ins neue Pack rein. Ja, das ist, ja. Wir haben ja noch einen Einzelnen, lass die beiden. Ja, nee, jetzt, jetzt, ja genau, dann lass die zwei machen. Weil jetzt war er halt schon extrem low für Combined. Der hat nur hart gepolstert. Hm. Der ist so ein Tier? Kick mir, hilft nicht. Ach so. Stimmt, ja, da war ja was, ja. Ganz. Was ist denn jetzt? Alter. Irgendwas passt wieder nicht, mein Interface spackt schon wieder rum. Ich kann ihn noch nicht spotten. Ich hab ihn jetzt wieder. Ich weiß nicht, was kaputt ist, aber ich hab eben meinen normalen Pod ziehen wollen und dann hab ich einen Invis-Pod. Irgendwie ist da die Verlinkung kaputt in meinem Interface. Ich hab mich grad schon gefragt, hä, warum hab ich jetzt aggro, wenn du drei Meter vor mir stehst? Ja, weil ich, weil, keine Ahnung, da ist, ich weiß nicht was das ist, keine Ahnung, das ist so, so ein Buggy-Scheiß. Ich komm mir jetzt, glaub ich, beim bald mal ein anderes Interface add on. Standard-UI. Naja, Standard-UI hab ich ein bisschen zu wenig Slots. Okay, eigentlich nicht. Du brauchst ja nur an den falschen Stellen, du musst ja nur, ähm, move anything oder so dann dazu machen. Aber ich spiel zum Beispiel mit LVUI. Hab eigentlich... Ja. Ach. Oh Gott. Ja. Nein, wir warten jetzt keine zwölf Sekunden. Sorry. Boah. Ja, gekickt. Boah. 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 Hütet euch. Oh Ripp. Ich kann das momentieren. Dankeschön. Alter. Hütet euch. Der Boss zackt so hart, man. Ja, der kommt halt auch gar nicht mehr raus. Der ist halt auch übel scheiße. Willst du grad reinlassen oder verpiss das? Ey, warum kommt der jetzt da hinten? Ja, der spawnt immer irgendwann. Das ist doch genau so ein anderes Problem, ey. Wir haben mir jetzt hundertprozentig sicher, dass er da hinten rauskommt. Ich kann wieder das rentieren. Hütet euch. Ja, da sind du grad ins Maul bekommen, Pamela. Keine Ahnung. Hütet. Das ist wie so ein random... Ja, da unten ist die Tusse drin, ne? Ja, jetzt, ja. Ja, jetzt, ja. Ja, gut, dann hab ich wenigstens cooler uns beim nächsten Mal. Ja. Ja. Ich nicht. Ja, das ist jetzt mal Jens hier voll getrollt. Sag, als wär mal Tigers Last geben zwischen den Packs und er läuft unten ins Labyrinth. Hütet euch. Geil, ihr habt vorröchstigen Eiwels eigentlich mit irgendwas meiner Klasse. Crit. Vers. Hütet euch. Geht ja fast alle Sensen relativ gut mit Versatility, oder? Ja. Deshalb sind ja Crit und Vers mittlerweile bei fast allen Klassen Dys, weil... Ach, Alter. Welche wollt ihr spielen? Links plus Link, das ist der und der. Eine Typ da, genau. Ich hab's dir extra schon zugedottet, dass sie halt kommen. Hm? Hütet euch. Ich hätte ja mystery gepulten, ey. Nö, es hat gepasst. Hütet euch. Hütet euch. Irgend so'n komischen Trick haben wir das letzte Mal hier gemacht bei den einen, dass die da alle auf, äh, genau aufeinander standen, aber irgendwie weiß ich nicht mehr, was wir da genau gemacht haben. Wir werden ja noch zusammenstellen. Das klingt halt immer zu dem... Ach ne, wegen der Tussse. So, so... Naja, aber die haben wir ja da gar nicht drin. Okay. Na gut, die müssen wir halt jetzt wegblasten. Da wollte ich da mit Servi fokussen. Auf geht's. Nack. Wait, what? Ja, der AE. Was machen wir jetzt? Gut, ich kann jetzt noch einmal wallen. Das 1-Deck schon killt, hätt' ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, der 2, der AE, der fordert euch jetzt. Timing her, ein bisschen. Ey, Rollifahrer, lauf. Bist du immer noch schneller. Ist halt dieser hier, der AE, den kannst du halt nicht dodgen. Hm, na gut. Woll grad sagen, hä, was ist denn jetzt passiert? Eigentlich hätten wir überhaupt nicht ganz geschafft, dass ich es hochkrieg. Ich kann den einen da reinziehen und dann kicken wir die Tusse halt einfach weg. Auf geht's. Den einen noch hacken? Ja, genau. Ja, ich hab den schon angeschossen. Passt. Kannst du mir den abnehmen? Ja, ich hab den. Hab den gethuntet. Okay. Mach's ja die, ich mach die MSR. Ist okay. Ohohohoho. 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 Der war durch. Das waren 1,2 Sekunden. So schnell hab ich dann um die Uhrzeit keine Reaktion mehr. Ich hab den hier schon auf dich gecastet, der war eigentlich so gut wie durch. Weil ich 3 Sekunden vorher schon Schaden gekriegt hab. 1,2 Sekunden Caster wird nicht ausgerechnet. Hast du einen Finster empfohlen? Jo, alles klar. Fortify, das wird ne Scheiße teilweise. Vielleicht gehst du dann da ein Stück. Kannst. 1 Backup mäßig drin. Ich mach den. Mach halt, du musst, danke. Mach halt noch einer. Den mach ich noch. Gut. Dein Stack durchgegangen auf dem Bus, aber. Na gut, solange es nur einer ist. Ich musste jetzt mal ein bisschen härter heilen, weil ich 24 habe. Ja. Ich muss hier nichts begraben. Fehler muss man beerdigen. Alter. Hallo, ich bin doch nicht beerdigt. Ohne Scheiß, Alter. Ich komm mir auf der Arbeit richtig eingezäunt vor. Um mich rum. Nur lauter Pfosten. Okay, dann. Taunt, 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 taunt. Oh Mann. Alter, ich sag noch taunt. Die ganze Zeit. Ich war an der Reisegestalt. Ja und? Du musst ja nur Schaden auf den machen. Dann hören die Wirbel auf. Ich mach Schaden drauf. Sag taunt, 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 taunt. Und dann läuft der Hirsch an mir vorbei. Du bist durch. Ja, ich war eine Reisegestalt. Ja, schön. Ja, ich wollte da schneller durchkommen. Ich weiß ja nicht, dass du da vorrennst. Ja, sobald der gepult ist, hört er halt auf, die Wirbel zu machen. Alle können halt geschmeidiger durch. Deshalb gehst du halt das Druide so schnell es geht da durch, pulst das Ding und ziehst es zurück. Und da du neben mir standest, dachte ich, da brauche ich ja gar nicht weiter zurück. Gehen, weil du stehst ja neben mir. Ey, ich hatte halt ähnlichen Plan. Ich wollte da auch durchrennen und den dann tanken. Du darfst jetzt raten, wenn ich dich nicht mehr machen, Raki. Ha? Ich hab nicht zugehört. Was? Du darfst jetzt raten, wenn ich dich nicht mehr mache. Anhand von, äh, hier. Im Geschrei-Grad. Rechts brauchst du nicht fallen, die Emissary. Warte mal. Dann hören die Wirbel auf. Das muss fast Tempel sein. Wo gibt's sonst Wirbel? Schreien gibt's noch, aber die hören nicht auf, wenn du was trauen willst. Äh, fuck. Wait. Aber die eine müssen wir spielen, oder? Da werden wir nicht rankommen. Ne, ne, kommen wir ran. Aber hört sich an, als wäre der dann gleich durch. Ja. Ja, ja. Wir hatten ne große Key-Auswahl. Ein 17er Motherload, dreimal 15er Tempel und einmal 14er Tempel. Nice. Was hat, was war das Argument gegen den Motherload? Ich... MOTHERload. 17er Tempel in der Fortified. 17er Motherload in der Fortified. Ja, 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 ja. Klingt doch gar nicht mal bad. Ich sehe ja dein Problem nicht. Mit Bolstering auf die Robo ist auch geil. Na, ich sehe ja dein Problem nicht. Seine ist drin. Aber das glaube ich auch. Die M3 ist ja geändert da. Kommt dann die andere ran? Das müsste gehen, oder? Ach, die M3, okay. Jaja, die M3, okay. Jaja, die M3. Da vorne da, ähm, rechts an der Seite wird gleich ein Guardian aktiv. Und hier gleich aus. Könnt ihr ihn chargen, ne? Wenn ihr wollt. Machen wir das mal, wenn sie geroutet. Hoffen. Ich bin. Ähm, hab ihn. Ich kann euch dann gleich wieder rohen. Ich sage, wir gehen nach links und immer nur zwei. Zwei. Wollt ihr jetzt noch eine Gruppe machen oder komplett durch? Nee, wir haben voll. Komplett durch. Ja, okay, dann. Du kannst übrigens als Katze durchschleichen. Du musst nur an einer Stelle springen, folge mir. Äh, ich, ich, okay, ja. Kannst du den Raw machen, oder? Ja, ich raw jetzt noch. So. Und hier musst du über die Vasen drüber springen. Shit, ich hab's wieder verkackt. Dann kommst du nämlich an der Seite lang. Okay, easy. Ohne in den Spotten. Geht los. Puh. Ich hab immer noch ein Global in diesen gammeligen Bären, ne? Ja, klar. Nee, weil, geht los, ich bin noch eine Katze. Ein Global, dass ich ein Bären bin. Wollen wir dann ein zweiter? Ja. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Äh. Äh. Fokus Yantra hat. Ja. War das Pad da? Naja, gut. Ja, ist egal. Ja, jetzt kannst du noch einer dazu pullen. Das ist egal. Was haben wir denn jetzt noch? Dreieinhalb Minuten. Aber ich glaub der Bosskampf, der dauert ein bisschen länger, oder? Ja. 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 Ja, dann. Ende halt. Weil die letzten Bobs dort noch wegflexen muss, das ist das, was sich nochmal zieht. Die bringen aber keine Punkte, oder? Ja. Nee, aber. Ja, um. Dungeoner zu schließen, können wir nicht den pullen, dann. Ja, okay. Willst du mir Anregen beim ersten Mal? Ja, klar. Ich pull? Ich pull ist scheiße für ne Pre-Board. Ich pull ist scheiße für ne Pre-Board. Ich ziehe dir an den Black-Doktor. Brauch mal. Ach so. Mh. Sagen's extra noch. Ich will den dazu ziehen hier für den einen. Ich desentier die? Was soll ich denn sonst cleaven? Was soll ich denn sonst cleaven? Was soll ich denn sonst cleaven? Sag mal ne Kugel rein. Dann kannst du mir einen Ring geben. Schotte den auch mal ein bisschen. Ich geh jetzt, ich geh die, ich geh die, links kröten. Okay. CC ist du denn jetzt wieder, oder? Wo? Ach, das ist doch. So, wir können dann Förder zu ziehen. Aber. Ich will dann ne Holen, wenn du drüben bist, oder? Okay, also. Ach, das ist doch. hütet euch ja ich pull ihn jetzt hier dazu ist halt wenn der irgendwie auf der anderen seite steht und dann diese scheiße da kostet wenn der irgendwie läuft da das da in an gut kommt na gut das ist schon blöd stimmt ich habe auch alles gegeben was ich an heilung das ist eine knappe knappe geschichte schade ich wollte unbedingt das gold für mahal dann das waren jetzt vielleicht 56 sekunden oder drüber 3,6 mal als tot als er geschimmelt hat ja der sport war es habe ich ihn da für ein ring tempo ding den bräu ich nicht schade knappe kam hier hat sich gefreut über den kolben hätte noch keiner dauert was hast du jetzt gekriegt für ein key nochmal hier ding ist da muss es mal ein key finden ich habe ein 16er freeloot key ein 16er freeloot key kommen